Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu Shellshock Live zusammen mit... Manuel! Ja! Und hä, wo ist deine ganze Rüstung hin, Manu? Ich weiß es nicht. Ist die verschwunden? Vielleicht wurde mir die geklaut? Wurde die komplett weg... geschossen? Ja, schon vor der Runde. Da wollte man da dann tollen Witz machen. Ja, mir ist nichts eingefangen. Das ist immer peinlich. Ach, ich muss schießen. Manu hat gut geskillt. Feuer! Boah, der war souverän. Bitte, bitte nicht. Hä? Ich hab mich jetzt geportet, lol. Hä? Bei mir hast du komplett daneben. Ich war weiter rechts. Ach so, okay. Ne, 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 ne. Unfair. Hey, was ist hier unfair? Wow. Guck mal, ich hab doch sowieso verfehlt. Oh, wow. Ach so. Ah, ich hab hier ein Item, das ich zum ersten Mal bekommen habe. Soll ich? Weiß ich nicht. Ach, der Magnet! Ah, den kennst du ja schon. Nein, 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 nein. Den meinte ich nicht. 42 Schaden. Ich weiß nicht, Manu. Das wird mir alles blöd. Kann ich nicht mehr dazu lernen? Was? Ach nein. Ja, Manu. Was jetzt? Minkraaa. Nein! Was? Oh, es ist noch explodiert, bevor es zum Portal reingegangen ist. Warum das denn? Oh. Unfair. Oh nein. Der Trick hat nicht geklappt. Scheiße. Okay, pass auf. Oh nein. Todesgewicht. Halt. Alter, er hat mich einfach getroffen. Mmmmm. Mmmmm. Lecker. Mmmmm. Todesgewicht. Leicht und saftig. Dürfst du mich da jetzt mit zwei Puppe schaden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Mit der Sniper? Oh, 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 oh. Soll ichs probieren? Das wär halt echt... Also wenns treffen würde? Ne, tot bin ich nicht, aber... Also wenns treffen würde? Warte. Ich probier's einfach. Alter! Was soll das denn? Ich weiß es nicht. Das ist echt ein knapper Kampf geworden. Ja, ist er. Ist echt toll. Oh, ist das ein normaler Kaktus? Nee. Alter, die Wand hätte mich doch... Ich hab grad auch gedacht, dass da noch die Wand kommt. Das war der zweite Kaktus. Den hatte ich noch nie. Ach, Mann. Warum triffst du denn damit? Mit was? Vielleicht mit der Sniper in meinem Gesicht? Ich kann mich an nichts erinnern. Wie viel Leben? Ach, Manu, ich... Einschuss sonst? Ja, es tut mir leid, Manu. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Echt? Und dann benutzt du so ein Item? Ja. Nein! Nee, nee, was ein Sieg. Das war echt nicht. Das hat sich gemein. Dann nimmt der noch ein... Alter, ein Bauna-Jumper, wie heißt das? Ja, ich wollte es halt zu Ende bringen, Manu. Dein Leidensweg. Ich hätte auch noch aufholen können. Hey, Manu, ich komm zu dir. Hallo. Oh. Oh, du kannst jetzt auch fahren. Du musst treffen. Ist das schön. Ich schick dir da mal... Ich schick dir mal Freunde rüber. Oh, Frösche? Ja, kleine Kraulquappen. Oh, ist meine Kraulquappen. Oh, klar. Treff noch besser. Nein. Oh, süß. Oh, wow. Ist heute Tiertag? Schießen wir heute nur mit Tieren, oder? Ach stimmt, du kommst auch überall raus. Ja, du auch. Warte, dann, wenn du... Also ich erst Frösche, du ne Katze, dann schick ich dir jetzt ne kleine Spinne rüber. Oh, oh, oh. Ach die, hast du auch wieder. Hallo, Spinnchen. Aua, 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 aua. Das kann sich doch sehen lassen. Was habe ich denn noch? Och, bitte ne Grappe, ich wünsche mir... Nein, da ist gar kein... Ja, bauen da! Alter, dass du damit getroffen hast. Der war doch krass, oder? Ja, ja. Oh, soll ich? Vielleicht probieren? Einen coolen Schuss zu machen? Ja, wenn du dich traust. Mit Sniper? Mit Sniper? Ja. Ne, nicht mit Sniper, Warnu, dafür bin ich... Warum nicht? Dafür bin ich zu schlecht. Ich weiß, was ich schieße. Ich habe ja eine neue Waffe gekauft, Warnu. Die so richtig gut ist. Hast du ja schon gesehen. Ich glaube, die probiere ich jetzt einfach hier so ein bisschen aus. Los! Ah! Ach, die hat noch einen dritten! Ah! Wir haben das nämlich schon bei Manu benutzt. Und da kam nur eins raus. Ich habe ein Bein getroffen und ich habe 20 Schaden gemacht. Das war echt erbärmlich. Also, also kommt immer mehr. Okay, nach dem höchsten Punkt immer wieder paar Tagenten ab. Okay, okay, okay. Höfig? Boah! Keine Ahnung, Mann! Mannu, Mann! Oh! Oh! Die können aber... Ja, ja, ja! Nein, nein! Ich meine, nein! Ich meine, nein! Oh! 28 Schaden! Warum machst du das jedes Mal? Ich mache es nicht! Oh, oh! Ich habe das hinbekommen! Ja! Ist das so mit so Zahlen oder mit einer 7 drauf? Wenn ja, dann schieß so hoch du kannst! Nicht direkt auf mich! Warum nicht direkt auf dich? Weil du da weniger Schaden machst! Weil du da weniger Schaden machst! Erheblich weniger Schaden! Also, das soll ich eine steile Zukunft machen! Das muss dem weitesten Weg gehen, den du kannst! Ja, aber dann schieße ich das doch heute nicht jetzt raus, wenn ich nicht sicher bin! Ja, bist du nie, oder? Ja, doch! Ich werde sicher sein irgendwann! Oh, lol! Wenn ich denke, wow! Jetzt weiß ich Bescheid! Los, mein Vogel! Schnapp ihn! Oh, 20er Mensch! Ja, hey, immerhin! Ja, was machst du jetzt, Manu? Hat der Vogel dich einge... Ich habe wieder ein Tier geschossen! Oh, oh! Stimmt! Oh, oh! Ich auch hier den Backroader! Mach mal kurz, Lotterie! Bitte! Soll ich jetzt? Hm? Ich bin relativ sicher, dass ich treffe tatsächlich! Okay, dann mit voller Lutscher! Ja! Los, Lotterie! Ja, das ist es! Oh nein! Du killst mich damit! Auf, Manu! Alter, das ist doch nicht wahr! Aber war jetzt nicht viel stärker als die Sub-Sniper! Nicht viel stärker als die Sub-Sniper! Okay, es war stark! Aber es war... Obwohl, das ist halt ein riesiger Schuss! Am Ende! Oh, oh! Elf! Hey, ist der Schaden... Ist der Schaden random? Und die Explosion auch? Ja! Also es ist unabhängig voneinander random! Da hatte ich schon ein bisschen Glück mit der Lotterie, muss ich gerade sagen! Was kriege ich jetzt? Waterworks! Und ein bisschen Glück mit dem... Spatz! Ja, da hatte ich auch tatsächlich ein bisschen Glück! Was ist denn Waterworks? Hier, Manu! Nimm mal... Oh nein! Oh nein! Äh! Äh! Ui! Ui! Jetzt bist du sauber! Ja, stimmt! Jetzt hat der noch Amor! Carpetbomb! Was war das? Wie funktioniert das? Äh, das ist quasi wieder wie Airstrike! So eine Flare und dann kommt was in dem Gebiet! Ui! Oh! Und guck, jetzt kommt ein Flieger! Ach das! Und... Nein! In die falsche Richtung! Oh! Okay! Also, da macht das keinen großen Unterschied! So, was habe ich denn Lustiges an Waffen? Äh... 130 Leben! Werd noch sauberer! Pow! Oh! Oh! 524! Alles klar! Ja! Oh nein! Oh! Ah, du kannst es treffen! Kann ich da noch treffen? Ja, ich glaube, du kannst es treffen! Oh! Zu weit, oder? Ah, er könnte noch kommen, weil... Ich glaube, der Handy wollte auch ein bisschen weiter! Äh... Ja! 80! Oh! Ja! Oh, Manu! Ja, da ist ein Item neben dir, ne? Ja, ich weiß es, aber... Soll ich jetzt nicht... Holst du mal? Ne, hol mal! Ne, dann ist meine Schussbahn so blöd! Weißt du? Du hast doch eh gewonnen! Ich weiß nicht, das ist gerade eben! Ich habe nur noch 48 HP, also es wurde gerade eben knapp! Und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt erreiche! Okay, Manu, für dich fahre ich da hin! Ja, ja! Und? Ghostbomb! Ghostbomb! Oh nein! Wie dürft ihr eigentlich genügend Char... Oh, jetzt muss ich dazwischen den Dingern durchschießen! Oh! Äh... Los, Ghostbomb! Ja, 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 ja! Ah! Ich hatte... Ich hatte... Das war meine zweite Ghostbomb! Achso! Und jetzt... German Display und Modado gegen Red Light und Zerlu LP! Uiuiui! Fahr ein bisschen weiter nach links! Obwohl... Ich gehe unter... Oh nein! Du bist tot! Tschüss! Naja... Der obere... Ich habe ein Portal über mir! Ich bin extra unter das Portal gefahren! Achso! Aber der andere, wenn der jetzt ein Messer hat oder so... So ein langes Messer? Ja, ich habe einen Dagger! Das zweite Messer! Einen Arrow hätte ich auch! Ich habe tolle Sachen! Ahhhh! Oh nein! Ich will nicht sterben! Ich wurde gepor... Ich war... Ganz weit links war ich! Warte, ich Messer den! Geh du auf den oberen! Äh, Messer können Team Kameraden nicht treffen, oder? Doch! Natürlich! Ich glaube nicht! Warum sollte das nicht? Ich glaube das geht nicht! Dann mach so! Dann Messer ihn da! Hahaha! Los, Manu! Hahaha! Alter! Ah! Das war gut! Das war schön! Das war einfach nur super! Aber ich glaube wir verlieren! So, was habe ich denn noch so? Ja, Arrow! Werde ich gleich auf den ballern! Ja, wollen wir wieder... Einer links, einer rechts! Ja, ich weiß nicht! Oh, doch wir haben ja beide Max! Wir können das genau selbe! Aber macht halt nicht so viel Schaden, wenn wir von nahe machen! Ja, egal! Aber ich denke, verreckt daran, oder? Oh, das rollt! Ah, das trifft dich glaube ich trotzdem! Ja! Oh Gott! Travellers! Wie viel? Wir bogen den weg! Oh! Egal! Ich glaube ich schaffe nicht! Du musst da links! Du triffst da auch nicht, oder? Hallo doch! Ich bin links daneben! Triffst du ihn mit feinem Bogen nicht, dass du mich jetzt triffst? Ja, ja! Ähm! Also triffst du oder triffst du nicht? Doch, doch! Ups! Hahaha! Hahaha! Ja, ich hatte Angst! Ja, besser als mich zu treffen, das stimmt! Aber der hat jetzt auch langsam Angst, der Red Light! Der ist eingeschichtet! Ja, natürlich! Aber der wird das Item! Wahrscheinlich ist da unendlich viel Rüstung drin! Ja! 500! Obwohl der da auf Rüstung geskillt, nicht auf Glück! Oh! Oh nein! Oh! Ja! Oh! Gott sei Dank! Hatte ich den Digga nicht erwischt! Will ich nicht? Ich kann da nicht hoch! Ich kann da nicht hoch, Manu! Ach so! Wir sind getrennt! Ich kann da nicht mitmachen bei der Party! Was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht! Ja, ich hoffe ich treffe! Magne... Oh nein! Oh! Viel zu stark! Oh nein! Oh! Das ist jetzt aber ärgerlich! Das ist echt ärgerlich! Vor allem der ist schön hoch! LP! Okay! Der kann uns die ganze Zeit so einfach treffen! Ja! Einfach von oben! Er wird gar nicht bewegt! Oh Gott! Alter! LOL! Er hat sein Mage Charme gemacht! Oh nein! Oh nein! Aua! 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 Alter! Was habe ich denn? Oh Gott! Was mache ich jetzt ohne dich? Alles klar! Töte den in seinem Loch! Ich versuch's aber! Ich weiß nicht ob ich erfolgreich sein werde! Ja geh erstmal nach rechts! Wo ist meine Frösche? Töte die noch! Bitte springt alle auf ihn! Und tötet ihn! Los! Ist das dein Ernst? Was? Bitte! Oh nein! Ein Leben hat er! Ein Leben! Oh nein! Warum? Oh! Ich glaube er killt sich selber der Red Light! Ne oder? Ne! Ne! Baut die Ball! Komm schon! Töt ihn selber! Oh nein! Nicht mich! Nicht mich! Alter! Oh Gott! Dann! Keine Ahnung! Doch doch! Ich krieg den bestimmt! Hoffentlich! Hoffentlich! Sonst ist es jetzt peinlich! Ich hoffe ich treffe den Berg vor ihm! Ja! Ich habe ihn! Oh! Ja! Uiuiui! Uiuiuiui! Und du bist ein bisschen geschützt! Ja! Aber ich bin in der Ecke bei dem Ding! Heißt der kann jede Fläche reintreffen! Ok! Ok! Twinkle! Oh! 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 Perfekt! Fünf Damage! Wow! Ja! Ich wünschte ich könnte dir da rüber! Oh! Kann ich ja nicht! Ja! Was mache ich jetzt? Sniper! Ich schieße einfach mal Freeball, weil ich echt keine Ahnung habe! Ah! Der eine! Der ganz Winkel! Ja! Welcher war das? Ja! Man zieht doch die Flugbahn! Man kann sich danach ausrichten! Das ist ganz gut an dem Freeball! Weil die schießen quasi nur mit einem anderen Winkel! Achso! Oh! Nicht Wasser! Nein! Oh! Ich werde nass! Ja! Dünne Tropfen! Dünne Tropfen! Ich bitte nicht! Oh! Oh! Der macht einfach kein Damage! Jetzt kannst du ihn killen! Jaja! Mit welchen Waffen denn? Wir haben alles auf den drauf gehauen! Was machst du da? Äh! Ja! Ich überleg grad eigentlich müsste ich wegfahren! Ja! Fahr! Nach rechts! Ne! Jetzt ist das Problem! Jetzt bin ich nicht sicher ob ich ihn treffe! Oh! Oh ja! Bitte 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 bitte! Oh ja! Oh! Und ich bin halbwegs geschützt! Immerhin etwas! Von oben! Und ich hoffe nächsten Zug ziehe ich das Paket her! Ja! Ich habe nichts mehr Gutes! Aber ich glaube er hat auch... Oh Gott! Ja! Ich glaube er hat auch nichts Gutes mehr! Oh fuck! Oh! Ich kann mir das Paket holen! Du kannst beide holen! Oder? Ne! Das andere ist eins was man abschießen muss! Was ist Riot? Was ist Riot? Du kannst da rein gehen und... Keine Ahnung was das ist! Aber du könntest doch nach rechts fahren um das Paket dann gleich abzuballern oder? Aber ich würde gerne an dieser Kante bleiben weil ich ja sicher war! Ich würde auch gerne zurück fahren eigentlich! Ich fahr zurück! Mach! Mach Riot! Äh... Soll ich? Ich habe die zweite Stufe von Riot davor gehabt! Egal! Doch toll! Okay! Ich habe echt keine Ahnung was das macht! Hä? Oh! Ich habe meinen Turn verpasst! Was? Echt? Ich habe es gar nicht mitbekommen! Lol! Np-Flash-Botter-XL Als ob! Er trifft sich selber! Treffe ich so? Hä? Hä? Ach das! Oh Gott! Lol! Ah! Oh Gott! Das habe ich schon mal gesehen! Keine Ahnung wie viel Damage das macht! Oh Gott! Aber das kann man ja gar nicht kontrollieren! Okay! Ich kriege nach dem Zug neue Waffen! Aber ich habe keine Ahnung wie ich schieße! Weil das Ding hat alles... Gottes Willen! Hat alles durch... Ne! Ich kriege gar keine... Oh nein! Er kriegt zuerst die neuen Waffen! Erst dann nach! Ja! Los Astroiden! Schnappt ihn euch! Hä? Oh! Hä? Hä? Wow! Ach komm! Oh nein! Und neue Waffen! Oh nein! Ich bin tot! Oh man! Bitte! Sing mir ein schönes Lied! Damit ich nicht nervös werde! Ja dafür musst du gewinnen! Dann sing ich dir was! Ja! Nein! Er verfehlt beides! Oh! Oh ja! Einfach zwei Verschan und den Digga! Ja! Ich habe überlebt! Aber jetzt ist hier wieder eine blöde Kuhle! Ja! Genau! Eigentlich ist gar nicht so schlimm! Wenn ich hier hin nach hinten fahre! Hoffentlich treffe ich so! Okay! Was habe ich? Ich habe meine Waffen noch gar nicht angeguckt! Ich habe Grande Finale! Aber an der Schräge! Ich weiß nicht! Ist das gut an der Schräge? Ich schließe einfach! Aber die wird ja auch nicht mehr verlassen! Die Schräge! Oh! Komm schon! Bitte! Sei ein nettes Feuerwerk! Sei ein nettes Feuerwerk! 72! Also ich habe es schon bisher gesehen! Das geht! Ja! Es ist in Ordnung! Du hast recht! Aber er hängt fest! Er hängt fest! Und ich ziehe genau auf ihn drauf! Guck mal! Der kommt da doch nicht weg! Oh lol! Warte! Was davon ist die Flugbahn? Das ist jetzt die Frage! Muss ich... Habe ich ein bisschen vor ihm oder ein bisschen hinter ihm getroffen? Bisschen vor ihm, oder? Vor ihm, ja! Weil die Flugbahn erkennt man einfach gar nicht mehr! Also rechts, glaube ich! Habe ich irgendwas richtig krasses? Nee! Ich habe nichts krasses! Eine Sticky Bomb! Aber die macht nur, glaube ich, 40 oder 30! Ist jetzt nicht ultra krass! Oh! Und ich befreie ihn dadurch! Ja, stimmt! Nice! Sehr gut! Oh Gott! Ah! Mage! Mage? Ist etwa Modados große Magierzeit? Wenn ich ein bisschen vorfahre und den Winkel enter, könnte ich vielleicht, vielleicht treffen! Mit Double Damage! Obwohl! Geht das? Ist es möglich? Ihn mit Double Damage zu treffen? Nee! Außer du würdest rechts daneben treffen! Wie soll das sonst gehen? Ja, wenn der Winkel steil genug ist! Ja, was machst du denn? Feuer Mage! Achso! Bitte! Ja! Ah! Nein! Nein! Ach nein! Doch! Einmal! Zweimal! Dreimal! 36! Ich hätte ihn auch ganz genau treffen können, ohne Double Damage sei die Sache! Ja! Aber ich habe richtig viel Rüstung bekommen! Was zur Hölle! Ja! Immer wieder! Okay! Sputter! Hä? Die kann man sich glaube ich kaufen, ich bin mir nicht sicher! Also der trifft irgendwie gar nicht mehr! Das ist jetzt aber unschön, muss ich sagen! Ja! Du kannst einfach dir das aufschreiben, wo du warst! Und dann! Ja! Nach rechts ballern! Ja! Ja! Stimmt! Ich habe nochmal Rampage! Das ist halt die Sache! Das könnte ich halt auch einfach nochmal schießen! Mach! Trau dich! Einfach Rampage! Rampage! Los meine Dinger! Los meine Dinger! Rampage! 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 Warte mal! Oh nice! Und das Portal ist richtig nett! Nee! Nee! Ich glaube das geht nicht! Ich glaube was für ein Looter LP da vorhat! Das funktioniert nicht! Doch! Aber ich wette er trifft sich selber! Ja! Das kommt zu ihm zurück! Wenn er da nicht stirbt! Wenn er da nicht stirbt! Das war einfach so krass verersehbar! Das ist unfassbar! Hä? Der arme Boi! Weißt du was? Was ich glaube ich werde damit den Gnadenschuss setzen! Erdbeben? Nee! One-Shot! Vielleicht vertrete ich ja! Nee! Genau getroffen! Alter! Ich hoffe deswegen macht aber auch nur 10 Damage und alle 10 Leben! Ha! Aber das war! Ich habe gedacht wir hätten verloren! Und ich singe! Ja! Oh ich habe Steaky Bombs! Stufe 2! Mit 36 damage! Also ich habe direkt am Anfang gedacht wir verlieren das! Ja gut! Vielen Dank fürs Zusehen! Schaut bei Mano vorbei! Da gibt es auch ganz viel Shell-Schock! Und Minecraft! Master Wilders! Und ganz viel Zeug wo ich auch dabei bin! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!